Die Gefährdung der Regenste, der verdammte Propagandamacht in dieser gottlosen Welt unter Kontrolle hat. Wer weiß, welche Scheiße uns von diesem Sender als die Wahrheit verkauft wird. Also hört mir zu. Hört mir zu. Das Fernsehen ist nicht die Wahrheit. Das Fernsehen ist nichts weiter als ein gottverdammter Rommelplatz. Das Fernsehen ist ein Zirkus, ein Jahrmarkt, eine reisende Truppe von Akrobaten, Märchenerzählern, Tänzern, Sängern, Jongleuren, Abdomitäten, Löwenbändigern und Fußballspielern. Das Gewerbe ist da, um die Langeweile zu vertreiben. Das Fernsehen ist da, um die Langeweile zu vertreiben. Das Fernsehen ist da, um die Langeweile zu vertreiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020